Seit zwei Jahren habe ich den 9000er im Gebrauch und muss sagen, ohne der Wildhygiene und der Kühlung ging es heute nicht mehr. Weil das in den Kölner hängen und so, das ist einfach vorbei. Das ist einfach, glaube ich, das Universalgerät für fast jeden. Immer dazu diese Auszüge und einen Aufzug auch und dann bist du eigentlich mit allen erledigt. Und auch für Geburtstagsfeiern recht geschickt, man kann den anschieben mit Bier und Wein. Und der kühlt wahnsinnig schnell. Ja, top zufrieden.